Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder bei einem neuen Video von mir mit dabei seid. Heute habe ich für euch wieder ein Augen-Make-up geschminkt. Und zwar habe ich neulich in einer Werbung ein Augen-Make-up gesehen, das mir sehr gefallen hat von der Farbzusammenstellung her. Und das hat genau mein Beuteschema getroffen, nämlich Braun und Gold. Und weil ich in den letzten paar Tagen eher so auf dem farbigen Trip war, mit Lila und Grün etc., habe ich gedacht, heute mache ich mal Braun und Gold. Und ja, man kann es zugegebenermaßen jetzt momentan durch das ganze viele Licht nicht sehen. Aber wenn euch interessiert, wie das von Namen aussieht und welche Farben ich benutzt habe, dann bleibt einfach gerne weiter dran und schaut euch das folgende Video an. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.